So, halli halloi lieben, wir sind hier in World of Warcraft, Brass of the Licht King Classic, in der Version 3.4.1 und hier in Nordend in den Grizzlyhügeln, in Harkors Lager hier außen, bei dem Kratz mit der Aufgabe, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder, könnt ihr denken ist der Bonsamdi, aber mal gucken was hier passiert. Kratz in Harkors Lager möchte, dass ihr den Schlaghammer von Dracil-Gin auf die Gongs außerhalb der Ruinen von Dracil-Gin anwendet, ihr sollt die Ruinen betreten, sobald ihr erschlagen wurdet und mit dem Geist von Ganjo sprechen, solange ihr tot seid. Naja, dann los. Wir hauen da mal auf den Gong gleich ruf. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier alle passiert. So, hier ist ein Gong. Gong. Jetzt? Wie könnt ihr es wagen, mich ohne Opfergabe herbeizurufen? Und weg, war er. Und weg bin ich. Wahnsinn. Game over. Das Spiel ist vorbei. Ne. Wir gehen jetzt hier rein. Mal gucken mal. In unserer Geisterform. Um meine Ecke. Mal gucken. Hier, da. Da ist der Ganjo. Der jetzt hier, wo wir hier... Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder, wo wir die Quest abgeben können. Beim Ganjo. Und damit ist die Quest auch erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Auf meinem YouTube-Kanal-Seite schon. Gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt hier im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.